Audio-Post. Geklickt. Gehört. Im Moment ploppt bei Instagram- und Facebook-Usern ein Feld auf, das fragt, ob man alles weiterhin kostenfrei nutzen möchte oder eine werbefreie Version abonnieren will. Wir haben den IT-Experten Andreas Wiesler gefragt, was es mit dieser Aktion auf sich hat. Der Konzern Meta, wozu Facebook und Instagram gehören, möchte mit diesem Schritt eine hohe Geldbusse der EU verhindern. Viele klicken da wahrscheinlich schnell auf, weiter mit Werbung. Das allerdings heisst nichts anderes, als einem Tracking zuzustimmen. Will ich das nicht? Muss ich zahlen? Aktuell ist es wirklich der Fall, wenn ich nicht bezahle, dann werden meine Daten für personenbezogene Werbung genutzt. Andreas Wiesler ist Inhaber der Firma Go Security und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er verrät uns, was Datenschützer von der ganzen Sache halten. Ja, das wurde bereits heisst diskutiert unter den Datenschützern. Man kann davon ausgehen, dass die Datenschützer überhaupt nicht erfreut sind über diesen Weg und weiterhin gegen Meta vorgehen werden. Auf die Frage, wie viel Werbefreiheit seiner Meinung nach wert ist, fällt es ihm schwer zu antworten. Das ist natürlich für jeden Menschen unterschiedlich. Man geht davon aus, dass dieser Betrag ungefähr den entgangenen Werbeeinnahmen entspricht. Und zusätzlich heisst werbefrei bei Meta auch nicht automatisch, dass die eigenen Daten dann nicht mehr ausgewertet werden, betont Andreas Wiesler. Die Daten werden natürlich weiterhin gesammelt, ausgewertet, aber halt nun nicht mehr für personenbezogene Werbung genutzt.